Hallihallo Hallöchen und Herzlich Willkommen liebe You To Find It So Resident Evil ist am Start Village wir sind immer noch im Schloss tätig wir haben in der letzten folge ein paar fliegende Vampire abgeschossen ich bin jetzt mir jetzt aber nicht sicher wo wir hin müssen wir haben ein paar Objekte wir haben den Schmiedereisen Schlüssel Lady Schlüssel ein paar das muss man ja in der Halle einfügen eine Schatzkarte und so eine scheiß Kugel ich weiß nicht wo wir hin müssen weil die scheiß Tussi hier auch noch rumläuft lästige Missgeburt hab ich doch gesagt geh doch da rein hab gewusst dass die da irgendwo ist Oh da kann man was abschießen habt ihr gesehen da war ein Kristall Scheiße die ist da unten wohin wohin jetzt wir sind hier wieder auf dem Dachboden mal gucken die Tussi sich natürlich überall rumschleicht das ist kacke das ist echt scheiße wir sind hier da muss man hin da waren wir noch nicht Waffenkammer Speicherpunkt okay wir versuchen dass wir hier runter kommen kommen äh rechts und dann wieder rechts wir gucken wir gucken wir gucken wir gucken rechts geradeaus jetzt sind wir hier in der Halle bin ich gerade verschrocken müssen runter geradeaus da rein leck mich am Arsch verpiss dich hier rein da macht so wieder die scheiße okay ich weiß nicht ob die kommt hier wir haben das letzte Teil gefunden vier verschlossen abhauen da okay hab's verstanden das war jetzt aber dumme Klick dass wir das jetzt gefunden haben oder scheiße wird man sonst noch irgendwo hin können warte ich guck bibliothek referenzraum schloss dachboden schloss dach müssen eigentlich gut gelaufen muss ich sagen nein machen wir sind gut gelaufen echt gut für das dass man nicht gewusst haben wohin laufen war es gut wieso gibt es hier so viel munition sehr komisch ich war besorgt meine schwestern hätten sich bereit ja rohrbomben messer ich habe es kapiert du hast die jagd das war jetzt schlecht oder wir sind aber fast gestorben oder wir sind voller marsch jetzt haben wir drei hexen erledigt aber das war ich mehr durch domenklick ich wollte eigentlich hier bloß aufmachen und dann kann man hier wahrscheinlich ist hier kalt reingekommen und dann aber zufällig hier eine rohrbombe hingeschmissen das war eigentlich mehr domenklick wieder finde ich gut domenklick ist immer gut jetzt gucken wir uns kurz den gegenstander an der hat vier löcher den kann ich doch da drüben einfügen das sieht das sieht anders aus wie magneten oder irgendwas ich weiß es nicht ok 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 da kommen wir nicht mehr zumachen da ist auch nichts mehr am start ok 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 da ist noch rot warum ist hier noch rot warum ist der raum noch rot weiß ich nicht hier gibt es doch nichts mehr doch silberring einen silberring haben wir gefunden wenn die räume noch rot sind dann sind hier sache versteckt wo ist das silberring ach so das ist ein ding oder verkaufsgegenstand das war es aber hier oder der raum ist immer noch rot leck doch die katze im arsch ach mir egal müssen aufpassen die olle hex schlecht hier trotzdem hier irgendwo noch um bibliothek hm 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 die geht haut ab scheiße die zukünftigen erbinnen des hauses die mitrescu vernichtet von einem wie dir die um die 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 können die 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 Kommt die da auch rein? Komm, 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 komm. Schüsse. Kommt man da überhaupt, 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 überhaupt in die Halle hin? Ohne dass man da ständig in die Finger läuft. Die Schlese Musik kann ich gar nicht ab. Sorry, das ist gerade so. Okay, so kann man sich schnell drehen. Gibt es da vorne noch was? Grunde, Haupthalle. Bibliothek. Dietrich, scheiß auf den Dietrich. Da unten ist sie, ich habe sie gesehen. Die haut ab. Da. Mann, Mann, Mann. Rechts mal. Hoppala. In die Halle rein. Ach, da waren wir doch. Da waren wir doch. Hinnerhof. Hier muss man hin. Und, 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 und. Die Kugelbahn. Da schmeißen wir mal die große Kugel hin, wo wir haben. Wir müssen gucken, dass wir da irgendwie hinkommen. Konferenzraum, Konferenzsaal. Was war das nochmal? Ah, mit dem, mit dem, mit dem Spiel. Okay, im Innenhof. Okay, Hammer. Alles gut. Da rein, oder? Ja. Ja, wir müssen auch mal langsam zum Speicherpunkt oder zum. Spreißsaal, Haupthalle, geradeaus. Küche, Küche. Wir haben doch so eine scheiß Schatzkarte. Schatzkarte. Notiz. Das soll hier doch irgendwo sein. Das Rätsel. Warte. Ja, das ist gerade ein bisschen zäh, aber so ist es halt. Funktion hergestellt. Ähm. Die Schatzkarte. Da unten ist Küche. Irgendwo rüberlaufen. Nach rechts ist irgendein Tresor. Kitchen. Dungeon. Dungeon war da, wo wir gekämpft haben. Gekämpft, wo die erste Hexe war. War. Wo war das, war das hier irgendwo. Ich weiß nicht. Irgendwo hier haben wir den Dungeon gehabt. Die Hexe. Da oben, oder was? Wir gucken mal. Ich weiß es nicht. Es kann ja sein, dass wir jetzt komplett scheiße laufen. Aber mein Gott, so ist es halt. Ja, ja. Ja, ja. Da ist sie da. Dann, nimm die Munition auf. Alles gut. Okay. Okay. Das da. Haha. Das ist das Rätsel. Das ist der scheiß Schatzkarte. Genau. Irgendwas muss man hier machen. Okay, 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 okay. Die Wand hier sieht brüchig aus. Das war gut, oder? Leck mich am Arsch. Hab ich's drauf. Nochmal. Ja. Ja. Haha. Wir haben das Rätselslösung. Blaues Auge. Hm. Stohlen Munition. Und Kristallfragment. Was ist das für ein blaues Auge? Ach. Du Dackel. Ne, okay, das ist ein Verkaufsgegenstand, so wie's aussieht. Ja. Das bringt wahrscheinlich ordentlich Kohle. Untersuchen. Hm. Ich schlug mir so einen Ring. Okay, dann tun wir das auch mal untersuchen. Oh, das sieht komisch aus. Kann man gar nicht untersuchen. Untersuchen. Kann man das untersuchen? Kann man das untersuchen? Hm. Okay. Gut, das wird ein wertvoller. Da ist ne Rohrbombe sogar. Für sowas. Gut. Wir haben das Rätsel geknackt. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Wie sind wir in der Zeit? Ist nicht so grausig, die Zeit. Wenn wir wieder zurückfinden. Wenn wir da wieder... Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn wir da wieder zurückgehen. Kommt man da nicht in der Halle raus? Ne, da kommt man nicht mal in der Halle raus. Weinkeller. Halle des Krieges. Oh, wie war das im ersten Teil? Kommen wir da hin? Hm. Wir können hingucken. Wir können da hingucken. Scheiß drauf. Wir gucken kurz. Normalerweise kommen wir da nicht durchs Schloss durch. Will ich behaupten. Da. Halle des Krieges war das. Ich guck kurz. Kommen wir da nicht wieder im Schloss raus? Ich weiß es nicht mehr. Ne, da war nix. Wir sind von da oben runter gefallen. Hoho. Das war nix. Das war nix. Satz mit x. Das war wohl nix. Nix. Ja, ja. Wir müssen komplett wieder zurück. Ich denke mal, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt um Cut zu machen. Ich werde jetzt die ganze Gedöns wieder zurück laufen. Und dann werde ich die nächste Folge wieder im Schloss starten. So, liebe YouTube-Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.